hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen update video ich habe nämlich genug kredit übrig für die letzte lieferung im waffenhandel event und das ist die wollte ich einfach mit euch holen hier ist ich habe lieferungen fünf bis acht vor lieferung viel freigestellt weil da nicht so tolles zeug drin ist aber jetzt habe ich sie auch tier flugschema nice schimmert richtig schön und jetzt haben wir auch die spezial reserve freigeschaltet mit dem titel sammler ein sehr schicker titel den ich denke ich auch ausrüsten werde dann lach nummer gut da der primärwaffen skin ölspur 500 rockbox und dem tiger kralle die masken ja der sieht denke ich ganz interessant aus vielleicht schaffen wir es auch noch in uns anzusehen wo ist er hier ist er dann rüste ich den schnell mal aus ist auch ein seltener skin ist also ganz nice und hier ölreserve ja und das passt denke ich dann sehen wir uns den vielleicht in einer schnellen runde king of the hill an vielleicht geht es sich aus vielleicht auch nicht mal sehen weil ich habe heute noch was vor ich habe noch richtig viel vor ja im shop gibt es nicht so tolles zeug naja ach ja und bei den ja gut bei den challenges bin ich darauf gekommen dass die mit saint also da wo man 25 teammitglieder heilen muss denke ich mit die einfachste ist um schnell an viele credits zu kommen ja so windzeit eigentlich schon eine ganz akzeptable map verdienen und ich kann mich auch erinnern in einem der ersten spiele also in einer der ersten unten die ich gespielt habe in der jahr ich die immer war habe ich mir das war auch auf windzeit und da habe ich die mamba genommen so normalerweise warte ich auch ein bisschen mit dem wirklichen akzeptieren vom charakter weil ich halt ja abwarten will und sehen wir ob vielleicht einer meiner kollegen hier zum beispiel die man in dem fall jetzt nehmen wollen würde aber das video bin ich mal eiskalt und greift da eiskalt durch so kommt schon kommt schon trench ist auch richtig nice musiker auch richtig gut so komm schon komm schon komm schon ja da ist er doch mit blauen augen das finde ich echt schick ja ist schon ist schon guter skin also jetzt sehen wir noch mal wie es so aussieht wenn man ihn wirklich selbst spielt ok gut der ok noch das gar nein da hätte ich den anderen gleiter auswählen müssen aber naja da bist du wenigstens wann die videos wieder aktuell sind ich habe ein bisschen vor produziert und sagen wir so ich werde demnächst auch den gleiter hier auswählen und auch mit dem gleiter spielen also wenn ihr den gleiter sieht wisst ihr dass die videos wieder aktuell sind so ja gut der erste punkt hier ist so eine sache was war das denn ok da sieht man den tiger nein rein und er lebt noch er hat das mit dem crouchen macht das hallo und jetzt kommt er von da hinten leute aber er hat das mit dem crouchen macht das da hinten war der schneeschakal skin von anvil ist auch richtig schön eigentlich oh lol moin oh nee da kommt schon der nächste oh nein und da war ich zu langsam shit oh lol richtig nice rein da rein da leute rein da rein da rein da den holen wir uns das ist unsere rein rein der nächste hell ist sowieso schon bereit also gehen wir da mal rein und jetzt kommen die von hinten verflucht die wollte sich auch hinhackeln und crouchen die miese die sind da nee die sind überall oh lol ja das war nicht so toll gebe ich zu das hätte ich besser machen können es ist ein einziges durch uuuhuuu das war ne guuuu das war ne schöne akkurate sache und da hab ich jetzt irgendwie nicht gezielt warum hab ich den knapp oh ja komm komm warum ist trench nach hinten gegangen oh nein und jetzt sind die vorne ey leute ey das ist es lief so gut es lief seriously so gut und da ist keiner hinter dann hauge ich mich dahin ich meine wenn man den punkt schon hat hallo treffelächt 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 mein gott warum hat er nicht getroffen ey ja den titel muss ich auch noch ausrüsten oh nein hey komm schon aber mit diema generiert man auch irgendwie nur sehr sehr wenig geld das ist ähm schade nein rein 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 alle rein alle rein nein ey leute okay die haben safe in dem bot okay so wie war das crouchen crouchen beim ziehen aber das mit dem crouchen das ist auch wieder so eine sache denn ich meine dass es besser ist wenn man sich beim crouch noch nicht bewegt also beim crouch spamming wenn man es macht ja wenn man es macht aber ich bin da nicht gut drin ich hab das ist so ne technik die ich mir noch nicht angeeignet hab ja okay ja okay ich schieße ich schieße doch junge 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 ja moin aber kann man ja nichts machen so ja gut die zehn wohl zehn sekunden sind auch schon wieder zehn sekunden ja und das war ja was hier switchblades was ob der jetzt da noch ist Ready? Yo, Mario! Okay, ein. Wie hat er mich durch den Rauch gesehen? Wie, was? Nein, nein. Den zweifle ich an. Ich bezweifle stark, dass der mich durch den Rauch hindurch gesehen hat. Ja, weil das ist, das kann irgendwie nicht sein. Yo! Lauf halt mitten in die Gegner rein. Ja, genau. Okay, rein. Okay. Okay, irgendwas hat er verschädigt. Awww. Awww. Okay, I see. Okay... Contract der Bust. Let's head home. Get over here and help! Das war's. Das war's.